Sumpfdämon ist jetzt verjäh geschaltet. Okay. Ich will ja spielen ein bisschen wenigstens. Jetzt treffen wir die Ärztin. Ich mag die Ärztin total. Ihr, äh, untergeben, dass es ein bisschen wirt? Das sind alle ein bisschen wirt in der ganzen Serie, aber ich mag die Ärztin. Hat auch eine voll coole Fähigkeit, dass sich jedes Mal dafür den Arm aufreißen ist halt auch nicht geil. Das tut ja auch weh, auch selbst wenn sie sich heilt, das tut trotzdem ja weh. Äh, 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 äh. Ich hatte erst gedacht, er und der Lehrer sind früher. Ja, das war doch so, Kumpel. Ja, äh, 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 äh. Wasst du? Ja. So kann man das Licht erzeugen. Ja, das stimmt. Dann gehen wir in das Haus. Der Ruhigebauer ist ein Tag am Tag. Ich rufe dich einfach und rede weiter. Das bedeutet, dass die Lichter nicht füllen wird. Ah, der Wind! Ja, da kenne ich ihn auf so einen. Der hat auch so ein kleines Problem mit zuhören und dann halt auf das reagieren, was ihm gesagt wird. Ich bin der Knie und der Knie. Das ist so ein bisschen. Der hat sich die Hände und die Hände mit der Hände und die Hände sind. Wenn ich die Hände mit der Hände und die Hände bin, dann kann ich mich sehr gut sein. Ich weiß nicht, was ich nicht wissen. Das ist ja, dass ich die Hände auch nicht mehr verletzen kann. Na, Knie! Ah. Da würde er jetzt gleich gucken. Ey, wenn, dann wäre es doch eigentlich blau gewollt, Wassertechnik gelernt. Oh, nein! Halt! Halt! 37! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Halt! 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 Oh, Kama-do-tanjiro! Halt! 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 . Halt! Halt! Ich würde das vielleicht sagen, Kanziro... Ich bin ganz klar... Du willst hier genauere Geist-S-A-S-A-T-Ai-N-M-A-T-Ai-N. Der Geist-S-A-T-Ai-N-M-A-T-Ai-S-T-Ai-N. Oh mein Gott, Tän-C-Ai-N. Wir sollen esี้ aus unserer Geist-S-Ai-N-M-A-T-Ai-N. haben wir schon einen, den Fettsack. Oder hat den? Hat den? Hat den? Nee, er hatte keinen, er wurde nur größer. Der Mann ist nur ein, der einen Mensch zu verabschieden. Der Mann ist seit 1,000 Jahren. Das ist mein Mann. Das ist ein, was du, die du, der Mann. Und nimmlich, dass man die Auslegung multiparkiert wegen des Menschen ein weißer Schein. Dieses Mann ist ... Kibutsu-Mu-Zahn. Kibutsu-Mu-Zahn ... Das ist Autosophania. Ich habe das Gefühl, dass Nezuko zu wissen. Nezuko ist ein Gehirn. Das ist nicht sicher. Aber ich habe es nicht nur ein Mensch. Nezuko ist ein弟 zu retten. Ich habe es nicht gegessen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen, dass ich heute viele Аme sehen. Aber ich habe es nicht gehört. Ich habe es nicht gehört. Aber ich habe es nicht gehört. Ja, um mal zeigen, dass sie schläft, um mal wirklich zu zeigen, dass sie schläft. Oh, das hat ganz gut gesagt. Ich habe eine Anzeige gelegt. Menschen sind alle deine Familie. Geh dich, du bist ein Mann. Du bist ein Mann. Du bist ein Mann, du bist ein Mann. Du bist ein Mann. Tanjiro, du bist, du bist, du bist, du bist, du bist. Aber... Den Satz vergisst der direkt, wenn das in Höre ausgeht. Wir gehen jetzt in der Stadt umher und suchen Sachen. Ja, es ging ja in der Stadt nur. Wir müssen jetzt auch mehrere Schritte abgeben, müssen erst Nudeln essen. Ne, warte, war das hier? Doch, das war hier mit den Nudeln essen, wo du die Schüssel wegschmeißt. Ja, ist auf einmal drehen. Wir sind aber nebenbei. Alle einfach jeden Tag, das Mädchen weg sind gar nicht auffällig. Ja. Wir müssen auf die Karte gucken. Da ist direkt was. Hier ist noch ein bisschen was. Okay. Also jetzt ist das auch eine Schnitzeljagd. Hey, Hundi! Hey, Hundi! Er hat einen Hund, er hat einen Hund, er hat einen Hund. Kann ich Hund streicheln? Nein, ich will den Hund streicheln. Wir bäben, wir bäben, wir bäben. Wir bäben. Das Boot. Oder den tut da hinten. Ich glaube, er mag ihn nicht. Hast du was gesehen? Es war ein Helfen. Und tschüss. Ja, hättest du mal ihn gefragt, wenn du das Brot beladen hättest? Auf der anderen Seite. Ist die Tomaten? Ja, ich muss nochmal zurück. Egal. Was hast du denn so zu verkaufen? Topf. Äh, nicht Topf, äh, Teekannen und Becher. Was ist denn los? Was war denn hier Gutes? Lecker Kartoffeln, Rügen, noch mehr Rügen, Gurken. Was hast du? Sind das Tomaten? Tomatenpflanzen? Sieht ein bisschen klein aus für Tomaten. Was ist das? Ich will die Pflanzen angucken. Das können aber Tomaten sein. Verkauf Tomatensprecher oder so. Vielleicht irgendeine Blume. Ich bin aber nur doof. Nein, ich frage die falschen Leute. Wir werden ja weglaufen. Aber vielleicht weiß der Mann, wer gut war, doch, den willst du nicht fragen. Weil hier die Dame... Ach guck mal. Ist sie nicht das? Die... Wo ist sie hin? Achso. Okay. Entweder sie verschwinden, wenn sie auf mich zulaufen. Okay. Aber die hat ja auch so eine Schleife im Haar. Vielleicht haben wir aber auch mehrere. Einfach Schleifen im Haar. Er ist auch eine mit Schleif im Haar. Das ist ein guter Tipp. Vielleicht nicht unbedingt dem komischen Schatten. Einfach mal in der rennen. Ich wäre wahrscheinlich auch einer, der einfach mal geguckt hat, was das ist oder was der Gegend geworfen hätte. Und dann Panik gekriegt, ich habe mir gelaufen. Oder es versucht. Vielleicht nicht, wie weit ich gekommen wäre. Na ihm hier, der seine Freundin ist weg. Ein Hinweis. Ein Hinweis. utsch. Oh ja, arbeiten wirken! Oh! Ja. Wirklich, ich habe je abgedrigt. Oh! Du wirst dich gleich wundern, wenn er mit der Nase am Boden liegen ist und durch die Gegend geschnuffelt. Das kann doch in unserem Vorteil sein, wenn man einfach zu lange wartet, dann ist die Sonne da und irgendein Dämon stirbt. Die lustigen, bunten, leuchtende Dinger, die untersuche ich. Zieh ich jetzt vom Ganzen? Ja, jetzt einfach abgeschnitten, okay. Ist auch relativ dreadful. Ah, es gibt mehrere Stellen, wo ich jetzt hin muss. Letztlich, achso. Ah ne, ist keine Polizei. Ich dachte vielleicht Polizei, aber es war so einfach irgendjemand. Kann ich mir einfach mit dir sprechen? Okay, ich kann aber mit random Leuten ein Versprechen zu bringen, halt nicht immer, wenn das dingt was. Ich habe mir einfach was gefunden. Er hat eine Pferde gefunden. Okay. Ja, das ist eine gute Idee. Wir werden nachts Mädchen entführt, da sollte Mädchen nicht nachts draußen sein, wenn sie entführt werden. Oh, der andere hilft sie auch nicht. Die wird von zu Hause, glaube ich, entführt. Wo ist da denn jetzt rein? Aber hier ist... Mit schlechter Laune. Ja. Guck mal ein, wenn ich hin verschwinde, die Leute. Zu alle Anleihen. Er ist ja eigentlich voll die Lösung. Jeder hat so eine Kordel mit jemand anderem, dann kann kein einzelner Pferd werden. Ja, okay. Ich hoffe, die andere Seite der Mauer kommt. Kann ich denn über die Kisten springen? Er ist auch nicht sonderlich gut darin, dass das eigentlich Undercover sein soll. War da nicht was? Guck mal, jetzt kann ich hochdrauf, oder? Jetzt kann ich drauf springen, ja. Die sind ja nicht unterstützt von Regierungen und so. Die haben doch... Das sollte doch eigentlich ein bisschen Geheimhaltung mäßig sein. Das funktioniert nicht so ganz. Was waren die dann eigentlich mit, äh, Inuske? Ich kann den Namen nicht aussprechen. Mit dem Schweinemenschen. Der ist ja nicht sonderlich smart. Der rennt ja irgendwo hin. Wie machen die das mit dem? Der sagt, geh da hin und hau einfach alles kurz und klein. Weil so, äh, erforschen ist nicht seine Stärke. Das haben wir Denken zu tun. Das funktioniert nicht. Ich habe aber wohin geschickt, wo nix ist, da. Mach's kaputt. Ist hier hinten was? Nee. Was war das? Oh, Batterieleistung ist nah. Das ist ungünstig. Kann ich den Controller eigentlich... ...an den Plastikcontroller anschließen? Nee, ich habe hier dieses... Ich muss ja nicht switchen, weil dann kann ich aber nicht über das Gerät spielen. Ah, die da unten hat die Ausflugzeichen. Ah, jetzt habe ich mir schon. Ja, das ist, sie ist jetzt schon verfrühstückt. Also Böller reinwerfen, so ein Sumpf wäre bestimmt auch... Obwohl, der geht ja direkt daraus. Zum Sumpf. Aber der hätte sich ganz schön entsprocken, wenn es funktionieren würde. Einfach ein Böller reinwerfen. Also muss ich doch in den... Oder? Ist jetzt was Neues? Nämlich, da war ich schon. Okay, jetzt habe ich nur noch da unten und da oben. Nee, das ist nur ein Punkt, das sind Glitzersternen, okay. Auf der anderen Seite. Und ich kann hier rüber spielen? Nö, aber ein Hund. Nein, um die. Mal obaut sie. Das ist halt der gleiche Hund, aber egal. Ja, ihr Modell. Und die sind nice. Ich mag Hunde. Ah, ja, du hast hier was? Der ist schon seit tausend Jahren da. Also so ruhig war es, glaube ich, mit Dämonen nicht. Oder waren die einfach früher nicht so aktiv. Aber die waren halt einfach nicht in dem Gebiet von der Stadt. Vielleicht da hinten hin? Woher komme ich hier denn hin? Hier komme ich zu so einem Stein. Ich will da hinten. Da ist da auch noch was. Wie komme ich da jetzt hoch? Kann ich mal die Tür aufmachen? Wait. Wir hinten ist was Blaues. Was? Tor? Na ja, wir haben die legit nicht gesehen. Da! Eine Lücke! Und da muss ich ja hinten lang hüpfen, oder? Warte mal. Nee, muss ich nicht. Ich muss dann normal runter weiter. Hier, oder? Nee, hier noch nicht. Erst noch weiter. Boah, ich bin halt auch genauso gut in Orientieren. Gar nicht. So, hier ist noch jemand, der hat Infos. Das beruhigt auf jeden Fall. Das ist ein... Ich weiß nicht, wie alt du bist. So, irgendwas zwischen 16 und 18 wirst du sein? Ein Jungspund, der es reparieren will. Was auch immer. Was auch immer geht. Okay. Haben wir dann alles? Auf jeden Fall in dem Gebiet. Ist der letzte. Einfach ihm noch gefallen. Ja, dann glaube ich dir, wenn die einfach so in den Boden fällt, dann ist man ein bisschen schockier. Sie sind in den Backrooms. Habe ich jetzt Neues angekriegt? Nee, beim Flussusehen. Ja, der ist hier. Ist ja ein höher. Ich habe nur Alverma. Hallo? Ah, da fällt der Knopf. Ah, okay. Ah, ich habe einfach nicht gesehen, was der Karte nicht ist. Okay, einen brauche ich noch. Ich habe einfach nicht gesehen, ich habe sich gerallt, weil die sind ja Plakate nicht eingezeichnet. Ich meine, dann ist vielleicht bei der Böller-Dame hinten auch noch irgendwas rotes. Habe ich hier was rotes eingesammelt? Ja, hier ist was. Wie kam ich da nochmal hin? Hier war eine Tür, oder? Ja. Ach guck mal, hör doch, jetzt ist doch. Okay. Wir machen Erfolge. Auch wenn es kleine sind. Es ist dunkel, würde ich mal meinen. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß. Okay. Und dann... Es gibt einen Schuss mit anderen Blumen. Es gibt einen Schuss mit einem Schuss. Es gibt bestimmt eine andere Blumen. Es gibt bestimmt nicht die Blumen. Wir müssen uns über die Informationen überlegen. Wir müssen uns überlegen, Tanjiro. Und wir müssen uns überlegen. Wenn man den Blumen nachbauen, dann wird man sicherlich sehen. Soll das zu der Blumen. Hm? Outro Music